Die App Erste Hilfe ist die offiziell vom Deutschen Roten Kreuz entwickelte und autorisierte Applikation zu diesem Thema. Mit der App ist erstmalig die interaktive Begleitung in einer Notfallsituation per iPhone oder iPad möglich. Die App kann ebenso dazu benutzt werden, auf spielerische Weise das Verhalten in einer solchen akuten Situation zu üben. Im Programmteil der kleine Lebensretter wird zusätzlich Hintergrundwissen zu den unterschiedlichsten Erste Hilfe Themen vermittelt. Die Applikation bietet vier Funktionen. Der interaktive Erste Hilfe Assistent gibt per Sprache und wahlweise Text oder Bild Anweisungen zu Erste Hilfe Maßnahmen und kann so durch eine Notfallsituation lotsen. Per Eingabe mit Ja oder Nein Taste können die Fragen der Applikation entsprechend der Notfallsituation beantwortet werden. Der Benutzer wird auf Beachtung des Eigenschutzes hingewiesen und zur Bewusstseins- und Atemkontrolle angehalten. Der jeweiligen Antwort entsprechend wird er weitergeleitet zu Maßnahmen zur Wiederbelebung oder zu Maßnahmen, die bei Verbrennungen, Vergiftungen, Atemnot, Blutungen, Schlaganfall und Herzinfarkt dringend notwendig sind. Diese Maßnahmen werden detailliert, weitestgehend auch durch Abbildungen beschrieben. Der Notrufassistent bietet Hilfe, um einen Notrufassistent zu tätigen. Er enthält eine Anleitung für eine genaue Notfallmeldung anhand der 5 Ws, bietet die Möglichkeit einer Standortbestimmung mit Darstellung durch Google Maps und zur automatischen Notrufbetätigung. Der kleine Lebensretter beinhaltet wichtiges Hintergrundwissen in Text und Bild zu unterschiedlichsten Erste-Hilfe-Themen wie Gelenkverletzungen, Knochenbrüchen, Sonnenstich, Schock oder stabile Seitenlage. Der kleine Lebensretter kann weiterführen zum interaktiven Erste-Hilfe-Assistenten oder allgemein als kleine Informationssammlung zu Erste-Hilfe-Themen benutzt werden. Mit den DRK-Info-Diensten lassen sich die wichtigsten DRK-News online abrufen, aktuelle Blutspendetermine im Umkreis herausfinden und eine Übersicht über die unterschiedlichsten Angebote zu Erste-Hilfe-Kursen einsehen. Mit dem Kauf dieser App unterstützen Sie die Erste-Hilfe-Ausbildung im Deutschen Roten Kreuz.